Wie finde ich den Eingang zum Selbsthilfezentrum Winterthur? Der Eingang liegt nicht an der Hauptfront der Liegenschaft Stadtmur, sondern etwas links versetzt. Hier ist der Eingang zur Selbsthilfe Winterthur. Und dann muss man hier das Tor aufmachen und dann die Treppe hier hinaufgehen. Selbstverständlich hat das Selbsthilfezentrum Winterthur einen Treppenlift und ist somit barrierenfrei und entspricht der Urbehindertenrechtskonvention.